vielen vielen dank für die 22 abonnenten es ist mega nett dass ihr so schnell so was für mich macht vielen vielen dank ja was hab ich denn heute für eine videoidee jetzt muss ich mich kurz noch ich muss kurz noch wissen was meine videoidee ist ich bin gerade mit dem tower fertig geworden und das erste tower verspielen ja was habe ich denn was ist hier passiert habe ich irgendwas verpasst was ist mit meinen haaren los wann schafft er das endlich ich glaube nicht mehr ich muss nur meinen charakter zurücksetzen immer noch diese blüten haare hörst du jetzt auch mit diesen haaren dann muss ich halt jetzt mit diesen blüten haaren spielen die sehen irgendwie aus wie ein alter opa oh mein gott was ist hier los nein ey bro ähm nää wie wie kann man das schaffen sogar das bacon girl hat es geschafft ernsthaft 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 oh pro towers ich will die pro towers oh je hier habe ich sogar noch 5 minuten Zeit geile geile ich habe es geiligig gesagt ich wollte ein geiger sagen ich habe wirklich gewollt ein geiger sagen ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich habe meine mutter ist gerade nach hause gekommen ach das hier ist glaubt ja Noob Tower ja mega Noob Tower gell Noob Tower ist aber wirklich der beste Noob Tower gell wirklich ein Noob Tower gell das ist kein Noob Tower das ist nur ein dummer Pro Tower gell oh mein Gott ich kann nicht mal das ernsthaft ich habe irgendwie keinen Bock Alter der Wind macht fast mein Dach kaputt gell nein du Kalle ich bin eingeschlafen filatiere Carter ja 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 Mutter.